Es ist nicht der Stil, den du trägst, nicht die Filme und Bands, die du kennst und nicht, welche Marken du magst, es ist, was du sagst, was du sagst. Es ist nicht das, was du studierst, nicht die Follows, die du generierst. Es sind nicht die Likes, die du hast, es ist, was du machst, was du machst. Ich such keine Performance hier, zeig mir ein Stück von dir. Was ist die Seelsucht, nach der du verlangst? Sag, wofür brennst du und was macht dir Angst? Was glaubst du wirklich? Wohin sollen wir gehen? Was bewegt dich? Das ist wesentlich für mich. Für mich. Es ist nicht allein, was du weißt und ob du die Welt ganz bereichst. Es ist nicht allein, was du zeigst, es ist auch, weil du schweigst. Ich such keine Performance hier, zeig mir ein Stück von dir. Was ist die Seelsucht, nach der du verlangst? Sag, wofür brennst du und was macht dir Angst? Was glaubst du wirklich? Wohin sollen wir gehen? Was bewegt dich? Das ist wesentlich für mich. Es ist auch die Art, wie du lachst, jeden Schritt anzusehen, den du machst. Wenn du dich beim Tanzen vergisst, es ist wie du bist, wie du bist. Was ist die Seelsucht, nach der du verlangst? Sag, wofür brennst du und was macht dir Angst? Was glaubst du wirklich? Wohin sollen wir gehen? Was bewegt dich? Das ist wesentlich. Was ist die Seelsucht, nach der du verlangst? Sag, wofür brennst du und was macht dir Angst? Was glaubst du wirklich? Wohin sollen wir gehen? Was bewegt dich? Das ist wesentlich. Für mich. Für mich. Was ist die Seelsucht, nach der du verlangst? Sag, wofür brennst du und was macht dir Angst? Was glaubst du wirklich? Wohin sollen wir gehen? Was bewegt dich? Das ist wesentlich. Für mich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020